Ehrlich? Auf Starkiller! Ist wie verarschen! Klar, Starkiller, geile Killstreak-Map. Let's go. Naja? Jetzt geht's los. Tachi, ich hoffe, du beziehst deine Audio mit ein. Natürlich. Mir hilft ja nichts anderes. Ach, du bist auch wieder drin, Z-Quicks. Dann kannst du deine auch mit einbeziehen. Weiß ich auch nicht. Was ist das? Kann man gar nicht mögen, Man. Der galaktische Anschiss, Junge. Der ist wichtig. Ich hab Markus getötet. Naaaaaaaah! Ja, schrei doch nicht so! Mich gönnt ja der schon einxp. Ought이에요. Ich frag mich, wieso sich meine Nugre beschweren haben. Ich guck, v savez 돼요. Ja, der ja, er wohnt halt auch alleine. Du wohnst doch bei deinen Eltern genauso wie ich. Ich denke, der Unterschied zwischen uns beiden, ich kann meinen Eltern halt auch was sagen. Und sie haben ja, ich weiß nicht mehr, dass ich mit 18 bin. Ah, aim, 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 aim. Du kämpfst nicht, du kämpfst nicht. Du bist so ein Arschloch. Das war mit Absicht. Ja, deine Mutter ist mit Absicht, Junge. Oh, play, oh, respon, schießt, danke schön. Schon reicht. Ich habe 2300 Punkte und ich bin der erste. Wie nehme ich denn? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hallo, bitte helfen. Anakin ist meiner. Anakin ist meiner. Ich mache einen Solo. Jetzt bietest du die 2000, das ich gefunden habe. Aber nur wenn ich jetzt glitche, ne? Also mache ich mal kurz eben. Bitte hol dir keinen Helden. Besser so. Okay. Sehr ernsthaft. Komm. Perfekt. Alter, ich bin zu gut gerade. Ja? Ah, was? Bullshit. F. F in den Chat. Aber richtig. Du spielst ja mit zwei GA-Mains, also das wird schwierig, einen Helden zu bekommen. Bestimmt. Danke, dass du mich als GA-Main mit dir liebst. Das ist schmeichelig. Also ich würde sagen, du bist besser im GA als ich. Würdest du? Ja, schon. Du bist schon deutlich öfter als erster als ich. Hallo, Vader. Erster. Vader? Doch, das ist doch gleich. Der frisst nur die Tonie. Digga, du hast dich auf mich geworfen und nicht auf den Vader, du Idiot. Trotzdem Damage gemacht. Boah, bist du... Bist doch Vader. Kacke. Man, bist du witzig. Und Kylo. Äh. Äh, wie Vader noch... Aua, hab ich in den Nade gefangen. Mann, ey, jetzt fall ich hier schon wieder runter, weil ich eine Rolle zurück machen wollte. Was? 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 Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Meine Fähigkeiten sind nicht ready. Ich will sterben. Der Vader ist echt... Kaku. Kylo frisst die Tonie. Ich level bist du. Kylo ist... Kylo ist... Ja, da ist Level 160. Mag schon, wenn wir sterben. Oh, der ist so low. Ich muss halt in der vierten Phase. Oder mit zu. Das wollen wir beide nicht. Du noch weniger als ich. Pff. Alter, ich hab grad nur GER im Chat gelesen. Bin hier ehrlich. Ja, wie vorher, auf Camino, ne? Ja. Oh mein Gott, Damage, 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 Damage. Da ist irgendwo ein Lufttruppler, der mich gejagt hat. Ich hab gleich mal eine Reppubution. Wo war der? Ah, wirklich. Oh nein. Detonit-Ladung, Kobe? Ich bin tot. Oh, scheiße. Boah, Wichser, Huren. Wo ist der Keiler? Das kann nicht wahr sein, Alter. Nee, der ist so low. So dauern. Wie der Kurs von meiner Reppubution. Das ist so unfassbar. Immer. Das ist ein Fluch. Nein, ich bin im Würgegriff. Nein, 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 nein. Hau ab. Das frisst du jetzt dafür, die Detonit-Ladung, Vader. Vader ist so one. Nee, nee, ich bin voll. Aber trotzdem, er hat mich gewirkt. Ehrlich. Hätte nicht sein müssen, Vader. Nehmen wir jetzt einen, oder was? Wir müssen schauen, dass wir vielleicht später noch ein paar Ausnahmen für Hilfus Schurken und Weit von Eins machen. Ja, können wir machen. Wie letztens, mit seinen 36 Kills. Ja, können wir machen. Haut sich. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier hingehe, dass ich jetzt tot bin, direkt. Ja, vorsichtig, das ist Kylo und Vader, ne? Ja, aber ich habe einen Triple-Kil mit der Detonit gemacht, da hatte ich gelohnt. Oh, Vader ist... Ich habe Angst da. Oh, Vader ist worden. Da ist ein Luft-Trupplein in der Luft wieder. Der jagt. Ja, das macht ein Luft-Trupplein in der Luft sein. Ja, aber der chased. Ich hoffe, der ist tot. Er ist nicht tot. Oh, aber einfach. Das ist ja Kylo. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist schlecht. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Hier ist Vader. Hallo, Luke. Ich habe schon lange keinen Kill mehr gemacht, jetzt, weil ich hier so abgelenkt war. Oh, du bist schon wieder erst. Was heißt, ich glaube, du bist besser. Ich bin auch noch nicht gestorben. Aber, als ich meine Refribution hätte, wäre ich mir vielleicht auch nicht. Kobe Detonit-Ladung? Ah, Damage gemacht. Schade. War so, dann müsste ich auch mal auf das spielen. Ah, kein Name. Doch, habe ihn. Fuck. Ja, da musst du sehr viel vorsichtiger spielen. Auf jeden Fall. Das kommt auch auf die Map drauf an. Das kommt auch auf die Map drauf an. Ja, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Die Detonit war so schlecht. Ich habe nicht mal Damage gemacht. Nein. Wir müssen ihn bitte noch nicht einnehmen. Ich brauche noch 300 Punkte, dann können wir es einnehmen. Hallo, Vader. Wir müssen gucken, dass es überhaupt einnehmen wird. Das kriegen wir hin, aber... Wenn wir jetzt am Anfang gewesen sind, dann hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Ja? Ja, klar kann man jetzt... Oh. Keine Ahnung, auf wen ich da schießen soll. Da sind so viele da oben. Ist das im Himmel. Ich würde es vielleicht aber nicht on-stream machen. Oh, ich habe 100 Leben. Oh, ich hatte einen TIE Fighter. Ja, nach der Runde. Oder jetzt. Kannst du doch jetzt machen. Also es ist auch nach der Runde oder jetzt. Mir ist es egal. Oh, da ist ja noch einer. Wie lange ist es nicht FSK-18-Fest-Wicht-Tipps-Stream, ist mir das egal. Boah. Oh nein, ich bin doch schon Laser-Stolper-Mine gelagern. Oh mein Gott. So scheiße. Vorsicht, da ist noch einer, ne? Der kommt nicht viel damage-tassiert. Ja, ich erst. Guck mal den Ovi an, Alter. Der hat auch ein Dicker. Das ist jetzt schlecht. Oh Gott, der Lichtschwertwurf. Der hat mich fast gekillt. Dieser Yoda, ne? Von vorhin. Oh doch einfach. Oh mein Gott, das tut so weh. Einen nicht, also... Ui, ja, das tut echt weh. Ich bin so low die ganze Zeit, ehrlich. Tschüss, Vader. Ah, das ist quick. Gut gemacht. Kannst du sagen, es hätte nachher... Von 10 Leuten, die da stehen, von 10 Leuten, die da stehen, zieh ich einen ran. Willst du mich... Stark, immerhin. Ganz vorsichtig. Ich bin viel zu lauut! Also wirklich, das ist ja einfach nur ein Joke. Ein so Typ, ich sterbe, wenn ich nicht aufpasse, Digga. Ich hab... Die bitte? Ich bin gerade verstorben, mein Anakin. Zum zweiten Mal. Ah! Letonid. Danke. Mission 30 Kills hab ich übrigens, also... Ach, Digga. Warte auf, bitte, bitte lass einfach mit. Natürlich, der wär stolz auf mich. Jeder kennt von uns Tembuy. Mission 30 Kills, Alter. Das... Ja, absolut. Nach mir. Kannst sagen. Also, er ist bekannter als du, ja, aber... Aber nicht besser. So im Gameplay her, würd ich sagen, er... Natürlich. So, gehen wir mal hier runter. Das ist der Vader. Nee, ich bin im Joke! Fuck! Oh, Vader ist gestoppt. Puff! Gott sei Dank. Christus im Himmel. Dass du denn immer so schreien musst. Boss! Was war denn mit Markus los, Junge? Oh, mein Weed! Ja. Da hast du recht. Vödie Republik! Er ist schon wieder ein Vader! Push dich! Ich glaub, der Tami hat mir aber verloren. Auf! Ein 40er Streak. Kann ich mit Leben. Ich hab die ganze Zeit übrigens einen Bug. Der mir wird die ganze Zeit angezeigt. Da wär ein Orbitalschlag, ne? Ich sag's nur. Ist ganz lustig. Das freut dich. 55. Schade. Get out of there! Run! Das war's für heute.